ja herzlich willkommen mal wieder ihr seht schon den haben wir ja eigentlich schon präsentiert aber wir haben eine ankündigung für euch markus genau wir durften gerade ein kleines video für china machen weil wir haben die info bekommen das ist ja der forcing 4 und viele haben mich jetzt auch schon mal gefragt mensch auf der iaa gesehen den v9 als hybrid genauso dieselbe wenn optik ab mit schiebetüren und jetzt haben wir was für euch der wird im april jetzt in china gelauncht und wahrscheinlich ab juni auch bei uns erhältlich sein freut euch und